Ausgangspunkt ist diesmal ein Film, nämlich die Komödie Samba in Madman von 2004. Hier spielt H.P. Kerkeling den Wäschereibesitzer Olaf Kiszewski, der drei Brasilianerinnen bei sich zu Hause aufnimmt. Uns geht es aber nur um einen kleinen Running-Gag des Films. Die Hauptfigur beschwert sich mehrmals über die falsche Deklination von Substantiven. Beispielsweise steht auf einem Banner »Frieden und Segen für unseren Planet«. Er verbessert natürlich zu »unseren Planeten«, in der Umgangssprache wird aber häufig einfach »Planet« gesagt. Unsere Frage natürlich, woher kommt diese Variation, wie lässt sie sich linguistisch erklären? Nicht nur bei Verben und Adjektiven, sondern auch bei Substantiven haben wir das Begriffspaar stark schwach, allerdings nur bei den Maskuliner. Die starke Deklination, hier am Beispiel Hund, ist dabei der Standardfall und wird deshalb meist nicht extra benannt. Im Laufe der deutschen Sprachgeschichte hat eine sogenannte Kasusnivellierung stattgefunden. Das heißt Nominativ, Dativ und Akkusativ sind alle endungslos und formal nur noch anhand der Artikel unterscheidbar. Nur das Genitiv besteht im Maskulinum wie auch im Neutrum weiterhin. Bei der schwachen Deklination ist dieses S hingegen nicht vorhanden. Sie wird teilweise auch N-Deklination genannt, weil nicht nur im Genitiv, sondern in allen Deklinationsformen außer dem Nominativ Singular ein En angehängt wird. Maskuliner auf E sind sogar standardmäßig schwach und bekommen ein N angehängt. Planet gehört also eigentlich auch zur schwachen Deklination. Nur wurde auf dem Plakat die En-Endung für den Akkusativ weggelassen, so dass es hier nach dem starken Muster dekliniert wurde. Im Prinzip könnten wir es dabei bewenden lassen, aber wir wollen natürlich noch tiefer in dieses Phänomen und in die deutsche Sprachgeschichte eintauchen. Und dafür müssen wir uns kurz die Pluralformen ansehen. Starke Maskuliner bilden den Plural auf unterschiedliche Weise, am häufigsten ist es der E-Plural. In den meisten Fällen unterscheiden sich hier die Singular- und die Pluralformen. Im Gegensatz dazu haben die schwachen Maskuliner immer den En-Plural, wodurch sie sich im Genitiv, Dativ und Akkusativ nicht von den Singularformen unterscheiden. Dadurch wird Olaf Kiszewski im Film oft missverstanden, denn die Leute denken, er bezieht sich mit seinen Korrekturen auf die Pluralformen. Und das ist auch ein Grund dafür, dass einige Maskuliner im Laufe der deutschen Sprachgeschichte den Deklinationstipp gewechselt haben. Es sollte eine klarere Unterscheidung von Singular und Plural geben, die sogenannte Numerus-Profilierung. Held, Löwe und viele andere blieben zwar schwach, aber andere schwache Maskuliner wurden abgebaut, und zwar auf verschiedene Arten. Manche wechselten einfach ihr Genus, beispielsweise war Schlange ursprünglich noch ein Maskulinum und wurde dann zum Femininum. Andere, wie zum Beispiel Schwan, bauten die En-Endung im Genitiv, Dativ und Akkusativ ab. Im Gegenzug kam die übliche Es-Endung für den Genitiv hinzu. Die ursprünglich schwache Flexion kann man noch manchmal in alten Namen erkennen, zum Beispiel beim Memminger Gasthof zum Schwanen. Hier sehen wir noch die alte Dativendung. Häufig war es aber andersherum, also dass der Nominativ Singular an die anderen Formen angeglichen wurde, also ein N hinzubekam. Das ist beispielsweise bei dem Wort Balke passiert, denn heutzutage sagen wir auch im Nominativ Balken. Dadurch sind viele Substantive entstanden, die auf En enden, zum Beispiel auch Garten, die frühere Form war hier also Garte. Den paradigmatischen Ausgleich erkennen wir sehr schön an Wörtern wie Frieden, hier ist nämlich auch noch die ältere Form Friede in Gebrauch, beispielsweise im Spruch Friede, Freude, Eierkuchen. Vermutlich sagen sie aber eher Frieden, wie es ja auch auf dem Plakat steht. Hier noch ein paar ähnliche Fälle, wobei bei den beiden letztgenannten die schwachen Varianten mit E die häufigeren sein dürften. Bei allen Wörtern wird der Genitiv aber mit S gebildet, sodass diese Wörter sozusagen zwischen der starken und der schwachen Deklination stehen. Durch diese Prozesse hat sich der Bestand an schwachen Maskuliner also reduziert, viele Substantive sind aber auch standhaft geblieben und werden auch heute noch meisten schwach gebildet. Aber welche sind das? Wenn wir uns weitere Beispiele für schwache Maskuliner im heutigen Deutsch anschauen, stellen wir fest, dass diese Gruppe semantisch aus Lebewesen, also aus Tieren- und Personenbezeichnungen besteht. Andersherum aber werden Bezeichnungen für Lebewesen nicht zwingend schwachflektiert, wie ja das Hundbeispiel zeigt. Und wie wir gerade gesehen haben, wurden auch Tierbezeichnungen wie Schlange oder Schwan abgebaut. Offenbar hat dies etwas mit dem Belebtheitsgrad zu tun, wie diese Grafik von Nübling zeigt. Wörter für Menschen oder Säugetiere, wie eben Bär, wurden eher schwach belassen als Wörter für andere, kleinere Tiere, wie Vögel, Fische oder Insekten. Bei unbelebten Dingen vollzog sich besonders häufig der eben beschriebene paradigmatische Ausgleich. Aber was könnte der Grund für diese Entwicklung sein? Nüblingsthese ist, dass Menschen und menschenähnliche Tiere häufiger als Agens auftreten und es so das Bedürfnis gibt, Agens und Patiens dementsprechend nominativ und akkusativ nicht nur mit dem Artikel, sondern auch direkt am Wort voneinander zu differenzieren. Kleinere Tiere und vor allem Gegenstände treten hingegen nicht so oft als Agens auf, deshalb wurde hier das schwache Deklinationsmuster R aufgegeben. Klaus Michael Köpke hat sogar auf Basis der Semantik und Prosedie eine Prototypikalitätsskala für die schwachen Maskuliner erstellt. Aber das geht schon sehr ins Detail. Allgemein kann man festhalten, dass die schwache Deklinationsklasse mehrheitlich aus Lebewesen besteht. Das gilt auch für Lehnwörter. Hier sehen wir eine Übersicht mit Endungen für Personenbezeichnungen, die eine schwache Bildungsweise fordern. Darunter befindet sich auch ET mit den Beispielen Athlet, Poet und Prophet. Und an dieser Stelle kommen wir endlich wieder zu unserem Planet zurück, denn hier haben wir eine Erklärung dafür, dass auch Planet schwachflektiert wird. Weil mit Planet ja aber kein Lebewesen bezeichnet wird, ist das also eher ein untypischer Vertreter der schwachen Deklination und steht also unter einem noch stärkeren Ausgleichsdruck. Im Fall von Magnet ist die starke Form für den Duden sogar standardsprachlich anerkannt, wie man im Nebeneinander der Genitivformen des Magneten und des Magnets sehen kann. Fraglich ist nur, ab wann man von standardsprachlich anerkannt sprechen kann. Vielleicht müssen wir also im Falle von unserem Planet nur ein paar Dudenauflagen abwarten. Alexandra Paul Franz hat verschiedene Zweifelsfälle untersucht und festgestellt, dass wir in Tageszeitungen noch eine nahezu durchgehend normgerechte Markierung haben. Klaus Michael Köpke, der generell viel zu diesem Thema veröffentlicht hat, hat eine kleine Studie in einer sechsten Jahrgangsstufe in Hannover durchgeführt und dabei festgestellt, dass in den Aufsätzen der Schüler die Wörter Held, Prinz und Bär mehrheitlich stark flektiert wurden, zum Beispiel die Prinzessin küsst den Prinz. Die Schreibungen der Kinder weisen darauf hin, dass der Wegfall der schwachen Endungen in der Umgangssprache also auch bei Personenbezeichnungen nicht unüblich ist. Es ist also möglich, dass irgendwann in der Zukunft alle Maskuliner, die auf einem Konsonanten enden, nicht mehr schwach, sondern stark gebildet werden. Die Prognose von Köpke, der schwache Prinz wird stark, ob uns das nun als Lehrer, Wissenschaftler und um die deutsche Sprache bemühte Menschen passt oder nicht. Trotzdem darf natürlich die schwache Prinzessin den starken Prinzen küssen. Naja, damit wir aber überhaupt so weit kommen, braucht es vor allem eines, Frieden oder von mir aus auch Friede für unseren Planet. Zurufe von Knorr Zurufe von Knorr Zurufe von Knorr